Hannover Rück. Wer jetzt hier diese Position eingegangen ist in diesen Zielbereich, seit Erreichen unserer Zielzone hat der Kurs hier circa 16% abverkauft. Im Gegenteil zu sehr vielen Leuten, die uns angeschrieben haben, gesagt haben, ich habe die in meinem Depot drin, die werden jetzt richtig, richtig abgehen. Und das ist auch völlig in Ordnung, jeder kann hier seine Meinung haben. Wir argumentieren nicht fundamental, wir sagen, was uns unsere Berechnungen des Charts zeigen. Denn alle Bewegungen, alle Marktteilnehmer, die komplette Psychologie, alle Informationen, die Sie in den Nachrichten lesen, sind bereits in den Kurs einer Aktie eingepreist. Sie sind alle inkludiert. Wenn Sie also verstehen, wie Sie den Chart selber lesen können, dann brauchen Sie die Nachrichten nicht, denn die Nachrichten sind ein Bestandteil der Kurse, die Sie sehen können. Wir sehen hier noch weiteres Abgabepotenzial für Hannover Rück, zumindest einmal um weitere 42%.